Hallo, ich bin die Sabine Fischer, 30 Jahre alt, verheiratet und Mama von einem Sohn und ich komme aus dem schönen Allgäu und bin jetzt leidenschaftliche Sensi-Beraterin und nehme euch hier in diesem YouTube-Kanal überall mit oder in Instagram bin ich auch unter Sabines Wohlfühldüfte bin ich drinnen und meine Homepage ist ja sabineswohlfühldüfte.sensi.de und ich habe ganz ganz viele tolle Videos für euch gemacht, schaut da gerne vorbei, ich zeige euch, nehme euch mit in die Welt von Sensi, es gibt so so viele tolle Lampen, Deko, also drei in einem, Duftlampe, also halt Deko, Beleuchtung und Duft in einem und ich finde das mega mega schöne Sachen was wir haben, lebenslange Garantie auf die Technik, ihr bekommt handgefertigte Produkte, also habt ihr immer Unikate, ihr habt keine Verbrennungsgefahr, keine offene Flamme, kein Rauch, kein Ruß, alles was man gerade als Mami oder mit Haustieren zu Hause was super ist, super Wachs auf Lebensmittelbasis, also das Paraffinwachs mit über 80 verschiedenen Düften, also unser Duftwachs ist mega, da findet wirklich jeder was und ja, ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt und bin schon sehr gespannt, wie ihr alles findet, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern und ja, vielleicht seid ihr auch so begeistert wie ich mit Sensi und ich habe ein ganz tolles süßes Team und wer damit einsteigen will, gerne was eigenes aufbauen will, egal ob Eigenbedarfler, Nebenjob, Hobby oder richtig durchstarten und ihr sagt, ihr wollt was haben, wo ihr zu Hause sein könnt, ich gerade auch mit meinem Sohn, einfach freie Zeiteinteilung, ich mache so viel, so wenig wie ich mag, wie ich Lust und Bock und Zeit habe, kann zu Hause bei meiner Familie sein und das gibt mir so, so viel und es ist so schön und es gibt so viele Sachen zu erzählen und ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet, wenn ihr Fragen habt, es gibt so viele tolle Lampen, ich nehme euch mal schnell mit rüber so, hier bin ich wieder, es gibt richtig viele tolle Lampe, kleine, große Lampen, wirklich für jeden Einrichtungsstil, wir haben Wäscheprodukte, wir haben Putzmittel, wir haben Bodyprodukte, Badesalz, Körperpeeling, Zuckerpeeling, Bodycream also ganz, ganz viel, wir haben eine Kooperation mit Disney, richtig tolle Kuscheltiere, Buddies, da sehe ich gerade einen Buddy, den Angel von Lilo und Stitch genau, also es gibt so, so vieles Tolles zu entdecken, es gibt Wertschätzung, es gibt tolle Urkunden, es gibt Duftblume, also es gibt ganz tolle Geschenkideen, was ihr machen könnt, Handcreme also es gibt ein unglaubliches Spektrum an vielen tollen Produkten, alles rund um Düfte und für ein schönes Zuhause und auch für die Kinder, also so Kuscheltiere ganz weich, auch zum Einschlafen, hinten versteckt mit einem kleinen Duftsäckchen und ja, also es gibt so viele tolle Sachen schaut gerne vorbei, wenn ihr Fragen habt, meldet euch und guckt mal meine Videos durch, ich würde mich freuen und wenn ihr mich natürlich abonniert oder ein Like da lässt, freue ich mich noch mehr kommentiert gerne, was euch interessiert und ja, ganz viel Spaß beim Durchstöbern von meinen Videos und ja, bei Fragen bin ich gern für euch da Tschüss